Ja hallo, mein Name ist Oliver, ich bin jetzt hier auf Mallorca und habe heute den Level 4 beendet und wollte einfach mal kurz das Statement sagen, wie mir die Ausbildung so gefallen hat. Und also ich kann es nur jedem raten, weil ich bin der Meinung, Birger ist einer der besten Trader, die ich kennengelernt habe. Ich habe schon einige kennengelernt und ich finde in der TARAC, da hat man die ideale Voraussetzungen, die ideale Kombination, was sein Wissen betrifft, was Praxisumsetzung betrifft und was auch die didaktischen Fähigkeiten betrifft, dass das auch die Schüler aufnehmen können und verstehen können. Und dadurch, dass wenn man wirklich alle Level durchmacht und das schon seine Zeit dauert, was dann auch gut ist, ist, dass man dort auch mal verschiedene Marktphasen kennenlernt und auch mal sieht, wie funktioniert das System in Drawdown und wie funktioniert es dann in besseren Marktphasen. Also deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Ausbildung und freue mich auch, das weiter umzusetzen. Und ich habe auch in dieser Zeit gemerkt, dass man auch an seiner Persönlichkeit dort weiterarbeiten kann. Man merkt dann, wenn man Stärken hat, wenn man Schwächen hat, wo sind da so Sachen, wo man vielleicht immer wieder drauf reinfällt und dann kann auch die dann angehen und dann auch im normalen Alltag dort davon profitieren. Und deswegen nochmal vielen Dank an TARAC, dass ich diese Zeit unternehmen durfte und freue mich auch auf die weitere Begleitung dort. Danke.